Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind zu einer neuen Folge hier in der Modelfab von Bosch Rexhund. Mein Name ist Robert Weber. Wir sitzen am Boden wie früher im Turnunterricht, Uli. Hoffentlich kommen wir gleich noch wieder hoch, wir beide. Aber der Boden ist schon schön illuminiert, aber das kann auch noch mehr. Das ist ein intelligenter Boden, worauf wir ihn besitzen. Das ist ein intelligenter Boden. Das heißt, wir können flexible Fertigungslinien modular anpassen und können gleichzeitig, wenn ein neuer Fertigungsauftrag reinkommt, den Produktionsfluss so umgestalten, dass zu jeder Zeit möglichst schnell neue Produktionsmittel zur Verfügung stehen und auch wiederum schnell mit Energie, mit Daten versorgt werden. Energie, Daten und Medien, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, korrekt. Das heißt, ich kann jetzt auch auf Kabel verzichten, um die Maschine anzuschließen. Bis zum gewissen Leistungsrat funktioniert das. Heute können wir das bis drei Kilowatt umsetzen. Wenn es natürlich mehr wird, macht es auch keinen Sinn mehr, das ist ganz klar. Aber dadurch haben wir auch andere Möglichkeiten mit flexiblen Bodendanks beispielsweise. Und du kannst Over-the-Air-Updates machen und sowas auch alles. Korrekt, so ist es vorgesehen. Jetzt ist das hier, du hast viel Sensorik drin verbaut, kann ich mir vorstellen. Richtig. Sensorik, empfindlich, Industriestandard, ja, nein. Wenn hier mal was runterfällt, in meiner Fertigung, alles sofort hin oder wie sieht das aus? Nein, die Sensorik folgt einem Industriestandard, ist maximal robust. Und wir sehen durch die Sensorik dann eben auch zu jeder Zeit, was auf der Fläche konkret passiert und können das dann auch entsprechend regeln. Okay, und wenn ich jetzt mit meiner Firma umziehe, ich habe eine kleinere Halle oder eine größere, das ist auch so modular, dass ich immer wieder neue Panels wie so ein Parkett, wie so einen zusammensteckbaren Parkettboden mitnehmen kann. So in etwa kannst du dir das vorstellen, solche Kacheln sind heute hier, die wir hier verbaut haben, 60 x 60 cm groß, maximal flexibel, anpassbar und auch erweiterbar oder auch umrüstbar dann. Super, und wer mehr darüber wissen will, wie genau die Ansteuerung dieses Bodens funktioniert, der hört sich den Podcast an mit der Antje Wild, Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth, gibt es bei allen Catchern und online auf der Bosch Rexroth Website. Wir sind gespannt, was Antje uns erzählt. Wir sind gespannt, was Antje Wild. Wir sind gespannt, was Antje Wild. Wir sind gespannt, was Antje Wild. Vielen Dank.